Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um ein Interview von Alice Weidel bei Welt. Es ist das erste Interview bei einem Springer Medium seit vielen Jahren. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Jetzt im Folgenden das Interview und nachher ein paar Worte dazu, was Alice Weidel aus meiner Sicht sehr gut gemacht hat und was man vielleicht noch nicht anders machen kann. Eben noch am Redepult im Deutschen Bundestag, nun bei uns zugeschaltet. Ich begrüße Alice Weidel, die Parteivorsitzende der AfD. Ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Guten Tag. Frau Weidel, Sie haben ja gestern verkündet, dass auch Sie in der AfD einen Kanzlerkandidaten aufstellen wollen. Bislang offen ist allerdings, wer es denn machen soll. Kann denn theoretisch jedes Mitglied Ihrer Partei diesen Posten erfüllen? Natürlich. Theoretisch kann sich jeder aufstellen lassen. Und es ist auch letztendlich eine Entscheidung unserer Parteibasis und unserer Gremien, wer dort antritt. Aber Fakt ist, wir werden einen Kanzlerkandidaten stellen, weil unsere Umfragewerte auch zulassen und uns verpflichten, einen Führungsanspruch hier zu stellen. Und diesen Führungsanspruch könnte in persona dann auch Björn Höcke ausführen? Das heißt, auch er könnte Kanzlerkandidat werden? Rein theoretisch könnte er das tun. Aber Herr Höcke wird erst mal in den Landtagswahlkampf nächstes Jahr in Thüringen gehen. Und ich denke mal, aufgrund des hervorragenden Ergebnisses wird auch er dort Führungsanspruch anmelden können und dort dann auch bleiben. Aber mit einem Rechtsextremisten, Frau Weidel, und so nennt ihn der Verfassungsschutz auch, hätten Sie doch wahrscheinlich Schwierigkeiten, noch eine breite Basis zu erreichen. Herr Höcke ist kein Rechtsextremist und der Verfassungsschutz ist für mich keine unabhängige Instanz. Herr Haldenwang hat das ja auch in dieser Woche gesagt. Es ist eigentlich eher ein Regierungsbestandsschutz und die AfD wird hier zum politisch Verfolgen gemacht. Frau Weidel, ist es denn so, Sie haben gesagt, auch Herr Höcke könnte es werden, theoretisch jeder. Haben denn Sie auch als Parteivorsitzende, haben Sie da eine Art Vorzugriffsrecht auf diesen Posten? Niemand hat bei uns in der Partei, die basisdemokratisch geprägt ist, ein Zugriffsrecht. Gewählt wird an Parteitagen oder durch Mitgliederumfragen und das entscheiden einzig und allein unsere Mitglieder. Aber hätten Sie denn Lust? Natürlich habe ich Lust. Andere haben aber auch Lust und eben, das entscheiden unsere Mitglieder. Sie haben den Parteitag angesprochen, die Mitgliederbefragung angesprochen. Auf welche Zeitlinie können wir uns denn einstellen? Bis wann wollen Sie sich denn spätestens entscheiden und diese Wahlen auch durchführen? Ja, also die Wahlen, die werden nächstes Jahr durchgeführt werden. Was war auffällig? Die Weltmoderatorin versuchte mit der Anspielung auf Björn Höcke, diesen negativ in den Mittelpunkt zu rücken, negativ zu framen. Und Weidel dazu zu provozieren, sich in irgendeiner Art und Weise von ihm zu distanzieren, ihn schlecht zu reden. Aus meiner Sicht, Alice Weidel hat hier sehr gut geantwortet, hat auch die Basisdemokratie in der AfD in den Mittelpunkt gestellt, hat die Gelegenheit benutzt, positive Selbstframing zu betreiben. Was ganz wichtig ist. Es ist immer ganz wichtig, die eigenen Leute zu schützen. Wenn Alice Weidel Björn Höcke schlecht darstellt, dann stellt sie sich selbst schlecht dar, weil sie mit ihm in einer Partei ist. Das war auch immer der Trick gewesen, zu versuchen, die Partei zu spalten, sie gegeneinander aufzuwiegeln, um sie dann durch Kontaktschuld schlecht framen zu können alle, am Ende. Über mögliche Koalitionspartner haben wir gestern auch schon mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Herrn Krupalla gesprochen. Der hat da so ein bisschen gesagt, naja, noch ist das nicht ganz fix, denn wir müssten erst mal die Landtagswahlen abwarten, wo die AfD vor allem im Osten der Republik ja besonders starke Umfragewerte hat. Heißt das, Sie nehmen in der AfD auch eine Absage von Friedrich Merz ganz klar nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten? Nehmen Sie ihm die nicht ab? Na gut, also Friedrich Merz wird vor allen Dingen in den ostdeutschen Bundesländern extrem unter Druck kommen, wie die CDU sowieso schon. Es finden bereits informelle Gespräche zwischen der AfD und CDU ab. Das kann statt und das kann Friedrich Merz überhaupt gar nicht verhindern. So und ich meine, Friedrich Merz wird intern enorm unter Druck geraten, weil die CDU sich überhaupt gar nicht mehr weiter leisten kann, vor allen Dingen in Ostdeutschland mit Wahlverlierern, und so mit Regenbogenparteien zu koalieren und sich einer bürgerlichen, konservativ-freiheitlichen Mehrheit zu verweigern. Also das ist ein Kurs, der nicht durchhaltbar ist. Und dieser Kurs wird die AfD bei weitem zur stärksten Kraft machen, wie wir das jetzt auch beispielsweise bei der Landratswahl in Sonneberg in Thüringen sehen, wo unser Kandidat fast 50 Prozent aus dem Stand geholt hat und die CDU irgendwie weit abgeschlagen bei 35 Prozent weilt. Was hätte alles weil aus meiner Sicht noch anders machen können? Aus meiner Sicht ist es ein großer Fehler, in irgendeiner Art und Weise sich an die CDU in Aussicht zu stellen, dass man koalieren will. Weil die CDU framet sie maximal negativ. Und das macht keinen guten Eindruck. Es wirkt unterbewusst so, dass die AfD versucht sich zu qualifizieren. Es ist psychologisch funktioniert es so. Wenn zwei Personen zusammenstehen, die eine Person sich abwendet und sich die andere derjenigen Personen zuwendet, dann wirkt diejenige Person stärker, die sich abwendet. Sie ist vom Status her höher. Und genau das ist hier das Problem. Die CDU sagt, die AfD, sie ist so schlecht, sie ist nicht gut genug für uns. Und wenn dann die AfD sagt, ja es gibt ja schon irgendwelche Gespräche und sie müssen sich dann am Ende fügen, dann wirkt es so, auch wenn alles weil das natürlich nicht will, dass die CDU in den sauren Apfel beißen muss. Und dass die AfD, ja dass sie eben doch qualifiziert ist. Dass die CDU sozusagen als natürlicher Koalitionspartner immer gegeben ist und die AfD sozusagen beweisen muss oder auch die CDU überzeugen muss, dass sie gut genug ist, um eine Koalition zu machen. Es ist wie, wenn ein Mann und eine Frau sich daten und die Frau wendet sich ab und der Mann tut dann seine Nase zu der Frau hin. Also wendet sich ihr zu, wenn sie sich eindeutig abwendet. Wenn man selbst auf was sich hält und man abgewiesen wird, dann kann man nicht so tun, als das wäre dann nichts und dann immer weiter hinterher gehen. Also das geht nicht. Und es ist ja auch faktisch so, dass die CDU sich disqualifiziert hat für eine Koalition. Und hier ist wichtig zu verstehen, die Rolle der CDU seit 1945. Dass das Problem nicht erst besteht seit den 2000ern, sondern dass die CDU strukturell eine Partei ist, die, wie soll man es ausdrücken, auf eine gewisse Art amerikahörig ist, kann man sagen. Und warum Amerika-hörig? Weil die CDU an den großen Medien hängt und die großen Medien sehr wahrscheinlich maßgeblich von den USA oder eher gesagt von den US-Regierungen oder von den US-Negativ-Eliten, die auch die Regierungen beeinflussen oder auch dafür sorgen, durch die großen Medien, welche Regierung gewählt wird, dass sie maßgeblich die Medien hier beeinflussen und Narrative verbreitet werden, die US-Interessen bedienen. Das sieht man jetzt ganz deutlich in der Ukraine. Das war auch schon immer so nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist wichtig zu verstehen, dass es freie Medien in der westlichen Welt nie gegeben hat. Das zeigt sich beispielsweise 1999, 1899 beim Krieg gegen Spanien. Im Vorfeld ist ein amerikanisches Schiff explodiert, das angeblich auf eine spanische Mine aufgefahren ist. 300 Leute kamen um. Es hat sich dann aber später herausgestellt, das Schiff ist von innen explodiert. Die Medien aber haben Kriegsstimmung verbreitet, weil es mussten ja die Leute beeinflusst werden, es musste der Kongress beeinflusst werden, für den Krieg gegen Spanien zu stimmen. Und so geht es die ganze Zeit bei allen möglichen Themen. Und so erklärt sich auch das Verhalten Europas, als wäre es eine Kolonie. Tatsächlich sind es die Leute, die durch die großen Medien getäuscht werden, die dazu gebracht werden, die Parteien zu wählen, die sie so verhalten. Es funktioniert aber nur so lange, so lange die Leute nicht merken, dass sie getäuscht werden. Aber die Parteien, die verstehen das, natürlich die Parteienvertreter, und sie richten sich nach den großen Medien aus. Die aber von den US-Eliten beeinflusst werden. Und das ist der Grund beim Ukraine-Konflikt, dass sich ganz Europa verhält wie eine Kolonie. Das ist nicht, weil eine Waffe einer an die Schläfe gehalten wird, sondern die Leute werden durch Psychomanipulation getäuscht. In Deutschland ist es so, dass die AfD unmöglich gemacht wird. Die Leute sollen die AfD nicht als Alternative wahrnehmen. Und genauso funktioniert es. Ganz viele Leute nehmen die AfD nicht als Alternative wahr, auch wenn es ihnen vielleicht nicht zu 100% passt, was die anderen machen. Aber sie werden auch, es gibt ein Informationskartell, über ganz viele Dinge wissen sie überhaupt nicht Bescheid. Beispielsweise über die Rolle der ukrainischen Regierung seit 2014, dass Petro Poroschenko gesagt hat, deren Kinder werden im Keller leben, sie werden keine Gehälter bekommen, sie werden keine Renten bekommen, so werden wir den Krieg gewinnen. Und dass er das dann auch umgesetzt hat, dass die ukrainische Regierung das umgesetzt hat. Das heißt, Petro Poroschenko sei den russischsprachigen Teil der Bevölkerung im Osten gar nicht als die eigene Bevölkerung an, sondern als Fremdkörper im eigenen Land, der unterdrückt wird. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Nationalismus in Reinform. Wenn die Leute das gewusst hätten, dieses Handel, das ja auch durch die OSZE bestätigt ist, sie würden nie und nimmer für Waffenlieferung stimmen. Aber die Leute hier erfahren es nicht, weil seit 2014 darüber nicht berichtet wird. Oder es wurde Anfang 2014 noch darüber berichtet, aber das hat dann schlagartig aufgehört. Und die Leute denken, da ist nichts, weil sie nicht verstehen, dass die großen Medien ein Kartell bilden. Was der Trick von allem ist. Und dass dieses Kartell, dass es bei zahlreichen Narrativen die Leute aufs Gröbste getäuscht wurden. Sei es 9-11, sei es der Jugoslawien-Krieg, sei es auch der erste Irak-Krieg, wo beispielsweise nicht erklärt wird den Leuten, dass die USA sehr wahrscheinlich dem Irak signalisiert haben, ihr könnt den Kuwait angreifen, um einen Angriff von Saddam Hussein zu provozieren, um ihn dann angreifen zu können. Was der Waffenlobby in den USA nützt. Oder sei es der Vietnamkrieg, den die USA begonnen haben und nicht Vietnam. Nachgewiesenermaßen. Die Liste ist endlos. Und der Unterschied ist, dass 1945 bis 1990 die USA und Deutschland ähnliche Interessen hatten. Die USA wollten Deutschland aus der Sowjetunion raushalten. Also sie wollten dafür sorgen, dass Deutschland nicht schwach ist und dadurch nicht an die Sowjetunion fällt. Weil es immer Geostrategie die USA und Großbritannien war, den eurasischen Kontinent zu spalten. Wenn der eurasische Kontinent vereinigt ist, er wäre erst in Weltmacht. Und das wollen die USA unbedingt verhindern. Und das haben sie zeitlebens verhindert. Beispielsweise auch dadurch, dass Hitler schon in den 20ern massiv finanziell unterstützt wurde. Er ist Nationalist. Das heißt, wenn man Hitler unterstützt, dann kann man davon ausgehen, es gibt irgendwann Krieg. Krieg ist Spaltung. Dadurch vereinigt sich nicht der eurasische Kontinent. Es war auch so, dass als der Zweite Weltkrieg angefangen hat, Hitler immer noch mit Ö geliefert wurde aus den USA über Spanien. Japan hingegen wurde vom Öl abgekapselt. Das heißt, wenn die USA den Krieg hätten beenden wollen, den Zweiten Weltkrieg, sie hätten es ganz einfach tun können. Sie haben aber darauf verzichtet. Es zeigt sich auch hier das Medienkartell. Es ist ja faktisch so. Ohne Öl funktioniert es nicht. Die großen Medien schweigen es einfach aus. Hitler-Deutschland hat sozusagen die Rolle eines Mastschweins, das bei Zeiten geschlachtet wird. Man hat den Nationalismus gedeihen lassen. Archivmaterial zeigt aber, dass auch gleichzeitig ein Pakt mit Russland beschlossen wurde. Und dieser Neutralitätsvertrag mit Deutschland, mit Hitler, dass er nur vorgeschoben war und dass bei Zeiten die Sowjetunion dann einen Angriff starten könnte gegen Hitler-Deutschland. das also Hitler-Deutschland nie eine Chance hatte, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, sondern der Zweck erfüllt wurde, den Kontinent zu schwächen und zur Weltmacht aufzusteigen. Die CDU hat aber immer gehangen, an den großen Medien hängt es heute noch. Nur das Problem ist, heutzutage ist es Landesverrat. Das heißt, weil sie an den großen Medien hängt und die großen Medien bedienen die Narrative, die die US-Eliten gut finden. Das heißt, in der CDU muss sich ganz viel tun und auch das Verhalten der CDUler. Es kommt jetzt die ganze Unzivilisiertheit zu Tage, die mit der AfD umgegangen wird. Es wird ja versucht, die AfD zu zerstören. Das heißt, auch Existenzen zu zerstören. Das hat mit Demokratie gar nichts zu tun. Und so ist die CDU ja auch mit den Republikanen umgegangen früher. Und das haben wir gar nicht mitbekommen und haben die CDU als konservative Partei wahrgenommen. Was daran liegt, dass die Narrative der Medien noch Deutschland genutzt haben. Wenn das hier eine seriöse Politik sein soll, da fragt man sich, was eine unseriöse Politik ist. Also das, was die Ampel hier abliefert, ist zutiefst unseriös, unprofessionell. Und ich halte es auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt für zutiefst gefährlich. Frau Weidel, lassen Sie uns nochmal kommen. Sie haben gesagt, Sie wollen selber auch Politik gestalten. Sie wollen also nicht mehr in der Opposition dann auch bleiben. Da müssen wir aber nochmal konkret werden auf das Thema künftige Regierung, Bundestagswahl. Denn bislang ist es so, dass ja jede der existierenden Parteien auch wirklich eine Zusammenarbeit mit Ihnen in der AfD ausschließt. Nun gibt es noch eine Variable, die da drin steckt. Die heißt Frau Wagenknecht. Sie überlegt ja öffentlich, sehr präsent, ob sie vielleicht eine eigene Partei gründet. Hoffen Sie denn darauf, dass das passiert und dass da vielleicht eine Zusammenarbeit möglich wäre? Also Frau Wagenknecht wird sowieso das machen, was sie möchte. Das hat auch nicht weiter zu interessieren. Wir beobachten das natürlich mit ganz großem Interesse. Aber eben, also dadurch, dass sie eine kommunistische, linksorientierte Politikerin ist und wir ein komplett anderes Profil haben, wird es da auch keine Querverbindung in irgendeiner Form geben. Wen sie aber schadet, ist die Linkspartei selbst. Ich glaube, dass durch eine Abkopplung der einer Wagenknecht-Partei die Linkspartei unter die, weit unter die 5-Prozent-Hürde rutscht und dementsprechend auch aus dem Bundestag als auch aus Länderparlamenten fliegt, wie auch schon geschehen. Also das ist der Genickschuss für die Linkspartei hier. Und hier hätte aus meiner Sicht alles weil sagen können, es gibt Überschneidungen und es gibt Unterschiede. Beispielsweise in der Sozialpolitik gibt es Unterschiede, aber in der Außenpolitik gibt es große Gemeinsamkeiten. Und vor allen Dingen ist die Gemeinsamkeit die, dass man nicht US-Interessen bedienen, sondern deutsche Interessen bedienen will. Oder was heißt deutsche Interessen? Dass man jedenfalls nicht Landesverrat begeht. Dass man bereit ist, den Narrativen der großen Medien entgegenzugehen. Natürlich können Sie dann Weidel auch anfügen, diese Hetze gegen die AfD, das dient dazu, um bei den Medien akzeptiert zu sein. Und das müsste natürlich aufhören bei Wagenknecht. Und das sei natürlich auch sehr schlecht. Das kann Sie alles ganz offen sagen. Aber dann wäre sozusagen Wagenknecht der Koalitionspartner, wenn Wagenknecht, wenn Sie mit der Diffumierung aufhören. Und wenn Sie tatsächlich nicht Landesverrat begehen wollen, wie die anderen Parteien. Und das demzufolge bei den anderen Parteien sich ganz viel ändern muss, damit sie koalitionsfähig werden. Sie spricht aus einer überlegenen Position. Das heißt, die anderen Parteien, sie müssen sich für die AfD qualifizieren. Und nicht umgekehrt. Dass die CDU irgendwann auf die AfD zukommt, wenn die Ergebnisse so sind, wie sie sind, das ergibt sich von ganz alleine. Das verstehen die Leute sowieso. Da muss alles weiter nicht betonen, dass da irgendwie gesprochen wird. Wodurch sie sich nur abwertet. Weil wenn man mit jemandem spricht und das Gespräch sucht, der einen beständig diffamiert, einen herabwürdigt, das zeigt mangelndes Selbstwertgefühl. So jedenfalls kommt es beim Zuschauer an. Und es zeigt auch mangelnde Integrität, dass man also bereit ist, so unzivilisiertes Verhalten zu dulden. Es ist in jeder Hinsicht negativ. Und auch mit solchen Leuten aus meiner Sicht, die sich so verhalten, die sich so, die alles machen, um beruflich voranzukommen, Landesverrat begehen. Mit solchen Leuten kann man nicht arbeiten aus meiner Sicht. Und das ist ja der Zeitpunkt, also das jetzt zu verkünden, dass sie eine Kanzlerkandidatur einreichen wollen für die nächste Bundestagswahl, die ja erst in über zwei Jahren auch stattfinden wird. Wollen sie sich so ein Ticket auch für die anstehenden Kanzlerduelle sichern? Also das steht eigentlich erstmal im Hintergrund. Im Vordergrund steht für uns die inhaltliche Sachpolitik, die uns ja auch Recht gibt in den Umfragewerten. Wir sind steigend, wir sind bei 20% plus in den ostdeutschen Bundesländern, wo auch nächstes Jahr Wahlen stattfinden, sind wir führend und daraus leitet sich automatisch ein Führungsanspruch ab und dementsprechend werden wir einen Kanzlerkandidaten stellen. Was alles noch nicht anders machen können aus meiner Sicht, war die Antwort auf die Frage nach der Medienpräsenz durch die Kanzlerkandidatur. Alles weiterhand geantwortet, das wäre jetzt nicht so bedeutsam, dass man dann auch mehr ins Fernsehen kommen würde vielleicht, dass man sozusagen das Ticket lösen will für die Kanzlerduelle. Aber aus meiner Sicht, hier hätte man genau sagen müssen, dass es natürlich genau auch dazu dient, dann wenn man schon nicht eingeladen wird, dann, dass man deutlich die Ungerechtigkeit, dass dadurch wenigstens noch deutlicher wird. Dass man auch die Rolle der Medien nicht klein spielt, weil die Medien spielen auch eine ganz große Rolle. Und es ist ja genau wichtig, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie sie durch die Medien beeinflusst werden, dass die Medien nicht fair sind. Alles weiter, hätte ich deutlich machen können, natürlich, wir möchten natürlich ins Fernsehen, wir hätten auch schon viel mehr Prozentpunkte, wenn uns die Medien fair behandelt hätten. Dass es überhaupt nur möglich gewesen ist, uns unter 20% zu halten, die AfD unter 20% zu halten, weil die Medienberichterstattung absichtlich unausgewogen war. Und hier könnte alles weiter deutlich machen, dass es auch keine Kunst ist, für die AfD viel mehr Prozentpunkte zu bekommen, als jetzt 20% Punkte, weil seit vielen Jahren die anderen Parteien systematisch Landesverrat begehen, auf allen möglichen Themenfeldern. Deutschland geschwächt wird durch die Entscheidungen, seit vielen Jahren, sei es Zuwanderung, sei es Energiepolitik, sei es jetzt Waffenlieferungen und die Ukraine, dass ständig nicht die deutschen Interessen bedient werden, sondern sehr wahrscheinlich vermeintliche US-Interessen, jedenfalls die Interessen, die Geostrategen in den USA formulieren und auch nachweislich formulieren. Alles Weidel würde so über die Rolle der Medien aufklären und auch über die Politik aufklären. Es ist aus meiner Sicht auch ein Fehler, überhaupt die anderen Parteien als unprofessionell hinzustellen, weil das sind sie nicht, sondern sie bedienen die Interessen, die Narrative der großen Medien. Das sollte man hervorheben, dass die Gesetze schädlich sind, nicht dass sie unprofessionell sind. Unprofessionell mögen sie auch sein, öfters mal, aber das Wichtigste ist, dass sie schädlich sind. Und wichtig ist auch eben zu verstehen, dass in dieser Schädlichkeit, dass möglicherweise Absicht dahinter besteht, dass man auch gleich das Motiv beleuchtet. Warum das so funktioniert, dass eben US-Geostrategie ein Grund dafür sein kann. Dann fangen die Leute an, darüber nachzudenken und auch sich zu informieren. Weil es ist immer das Hauptproblem, wenn die Leute kein Motiv haben, weil die Leute denken sich dann, ja warum sollten denn die Grünen so dumm sein? Sondern die werden schon, da wird schon irgendwas dahinter stehen, dass sie es so machen, wie sie es machen. Es muss immer irgendeinen Grund geben. Und wenn man das Motiv nicht benennt oder auch nicht versteht, dann ist es immer ganz problematisch, weil dann ist man verwirrt und dann denkt man sich, es hat schon irgendwie einen guten Grund. Und erst wenn man versteht, es ist Einfluss aus dem Ausland möglicherweise und das ist der denkbar schlechteste Einfluss, weil das Interesse aus dem Ausland ist, einen zu schwächen, dann wird man hellwach, dann versteht man die Gefahr, die droht. Es ist aus meiner Sicht ganz wichtig, mit einer Bereitschaft zur Eskalation in so ein Interview zu gehen. Das heißt, dass man nicht versucht, irgendwie eine gute Stimmung zu erzeugen und dass man versucht, die Welt zu schonen oder überhaupt die großen Medien in irgendeiner Art und Weise zu schonen, sondern dass man gezielt auch die Dinge anspricht, die unangenehm sind für die großen Medien. Und das Problem ist wahrscheinlich hierbei eine intuitive Angst, dass einem was passiert, dass das mächtige Leute sind und dass wenn man jetzt denen auf die Füße tritt, dass man vielleicht umgebracht wird sogar, intuitiv. Weil das ist die Urangst für Steinzeitmenschen. Aber hier ist entscheidend zu verstehen, wie das System hier funktioniert. Es basiert auf Täuschung. Tatsächlich seit 200 Jahren in Amerika, die Leute können wählen. Es gibt eine unabhängige Justiz. Jedenfalls zum großen Grad. Auch hier denke ich. Ich kann es nicht genau beurteilen, aber ich denke, die Justiz funktioniert. Das heißt, die Leute können wählen und es gab ja auch in den USA immer kritische Senatoren, die viel ans Tageslicht gebracht haben. Es gab Untersuchungen und es war immer sozusagen ein Kampf. Auf der einen Seite die Täuschung und dann aber auch Leute, die versucht haben, die Täuschung aufzudecken. Und genauso ist es hier auch. Allesweil kann es nicht festgenommen werden, wenn sie den Medien, den Großmedien auf die Füße tritt. Es kann hier auch nichts passieren. Und das schadet auch nicht, wenn allesweil nicht eingeladen wird mehr. Das heißt, man muss auch gezielt das Risiko eingehen oder auch Willen sein, den Leuten so auf die Füße zu treten, dass sie sagen, ja, die laden wir nicht mehr ein. Weil es war wahrscheinlich der größte Erfolg 2021 nach der Bundestagswahl, dass die großen Medien die AfD nicht mehr eingeladen haben. Was erst mal als ein großer Nachteil erschien. Weil dadurch die Täuschung geschwächt wurde, nachhaltig geschwächt wurde. Die AfD hat es jetzt geschafft, ohne Medienpräsenz in den Talkshows wieder auf 20% zu kommen. Und jetzt stehen die großen Medien vollkommen machtlos da. Sie können eigentlich, die können nichts mehr machen. Wenn sie die AfD jetzt weiterhin nicht einladen, fliegt die Täuschung auf, weil die AfD ist bei 20%, sie wird nicht eingeladen. Das heißt, es wird der Wille zur Diffamierung wird ganz offensichtlich. Aber auch wenn sie sie jetzt einladen, wie Weidel, jetzt hier bei Welt, dann wird die Ungerechtigkeit deutlich, dass sie die ganze Zeit nicht eingeladen wurden. Dass sie ja beispielsweise Tino Coppola oder auch alles, weil sie sich gut vorbereitet haben, dass sie informiert sind, dass es vernünftige Gesprächspartner sind, das sehen die Leute dann mit einem Schlag. Die Situation früher, als die AfD schon mal bei 18% stand, bei 17, 18%, da war die Situation eine andere. Da wurde die AfD noch mehr eingeladen. Da war die Diffamierung für viele Teile der Bevölkerung nicht so offensichtlich, wie sie jetzt ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was dir sonst einfällt. Macht's gut!